Dieser Ford B-Max mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen fünftürigen Windplatz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein Fünfgangsschaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis